Flowerfrau Katrin fährt mit Kollege Manuel im Konvoi. Sie war ohnehin schon spät dran. Und jetzt sitzt sie auch noch hinter Dortmund im Stau. Das Problem ist, auch wenn wir um 9 Uhr da wären, die wollen um 10 Uhr an die Rampe, dann müssen wir einfach nur zack, zack laden und wächtern. Die Gärtnerei in Düsseldorf will ab 10 die eigenen Lkw beladen. Jetzt geht es erst mal wieder hier ein Stück. Manuel ist schon sehr weit vorne, aber ich habe jetzt hier keine Chance. Kommen alle an. Dafür geht es wieder etwas flotter. Mit Glück können sie den 9 Uhr Termin gerade noch so halten. Falls das Cabrio nicht zuvor noch einen Unfall provoziert. Genau, Junge. Ich finde, dass das so knapp nicht sein muss. Ich fahre dran vorbei, dann warte doch gerade, entspann dich, lass mich da hin und dann kannst du doch fahren. Hier, der Nächste, der wird da noch reinfahren. Ja. Vielleicht können die das wirklich nicht einschätzen, dass das einfach total gefährlich ist und dass ich nicht so schnell bremsen kann wie vielleicht ein Pkw. Würde man schon mal gerne was sagen. So, die hauen dann schon mal ab und dann habe ich ihn wieder. Der Bremsweg eines beladenen Lkw ist 56 Prozent länger als der eines Pkw. Da kann knappes Einscheren sehr gefährlich werden. Hier, der zum Beispiel, jetzt bremst der mich einfach wieder total aus. Jetzt fährt er über die Linie da drüber. Ich würde mich das nicht trauen. Ich meine, ich hatte ja auch immer so ein Fiat 500. Darfst eigentlich gar nicht mit auf der Autobahn fahren. Hier. Ich würde da draufwanden, der wäre Matsche. Ich verstehe es nicht, warum macht man das? Nee, hier und der noch. Er will auch noch. Er weiß gar nicht, wo er hin will. Katrin will nach vorne, zu ihrem Kollegen. Jetzt fährt Manuel nebenan. Also hier fahren sie wie die Bekloppten. Es ist unglaublich. Hat schon so ein Teil unterm Arsch und kommt dann trotzdem nicht raus, oder was? Und als sei noch nicht genug Bambule, zieht Frontfahrer Manuel auf die Überholspur und auf und davon. Und das kurz vor der Ausfahrt. Oh, Manuel, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Scheiße, ey. Ich muss hier runter und er fährt wie Sonnen. Mässt du mich? Danke. Letzte Ausfahrt, Bochum-Witten. Das Navi scheucht die beiden quer durchs Ruhrgebiet und alle naslang ändert sich die aktuelle Verkehrslage. Adieu, Termin in Düsseldorf. Stunde 32, 71 Kilometer. Wir sind mit der Zeit leider schon rüber. Nicht so geil. Ich zeige dir an, 2,5 Kilometer. Sind es bis zur nächsten Abfahrt, diesmal Richtung Wuppertal. Ein Kampf gegen das Navi und die Uhr. Ach, Manuel, ey, hier müssen wir nämlich runter. Das sagt zumindest Katrins Navi. Manuel, sein Navi ist halt ein älteres Modell wie dieses hier. Und tatsächlich wird es anders angezeigt. Aber der hat auch eben angezeigt, dass wir jetzt hier runter müssen. Und das tun wir dann auch. Es kann sich nur noch um 4 bis 5 Autobahnkreuze handeln. Unsere Abenteuer auf den Straßen Deutschland, Europas und der ganzen Welt haben euch neugierig gemacht. Ihr wollt unbedingt wissen, wie es mit unseren Touren und Aufträgen weitergeht. Dann klick hier, um das nächste spannende Video von unseren Trucker Babes anzuschauen. Oder du abonnierst gleich unseren Kanal, um kein Video von unseren Ladies zu verpassen. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, auf Join alle Folgen unserer Trucker Babes ganz entspannt anzuschauen. Viel Spaß!